was ihr habt meine Hose, Hose und Hose und wenn ihr dieses Video hier zum Release seht, so gehe ich in den nächsten 15 Minuten online auf Twitch, Freunde. Um 14.15 Uhr werde ich meine Global Zamasu Summons raushauen, meinen Durchlauf auf Twitch. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut gerne vorbei. Apropos Zamasu, als ich dann heute Morgen das, das müsst ihr tun Video vorbereitet habe für die Global Thank You Celebration, welches ebenso online ist. Wollte ich kurz nach einem Bild gucken, was ich gebraucht habe fürs Bearbeiten. Ich schaue auf Twitter und Dokkan Official Haut einfach LR GotKu aus. Freunde, wir haben die Information zu LR GotKu. Ich wollte, ich wollte tatsächlich schon seit Ewigkeiten ein LR GotKu. Ich habe mir das so vorgestellt, wie er so quasi im Ritual ist, so vom Artwork her. Ist nicht ganz so, ist auch nicht eventuell so auf den ersten Blick ganz so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Wir gucken uns aber heute alle Informationen und Details, die wir aktuell haben, zu dem LR GotKu, der angekündigt wurde. Dann würde ich sagen, wir gucken erstmal hier auf die Super Attack Animation rein. Aber das ist die erste Super Attack. Die Animation clean auf jeden Fall. Das sieht, dieser, dieser Winkel, ich weiß nicht, das Gesicht hier, das hat mir nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Das ist aber die 12 Key Super Attack, das ist ein Artwork. Seht uns gleich an, sieht geil aus. Das sieht auch ein bisschen komisch aus, um ehrlich zu sein. Aber der Finisher ist clean, finde ich. Das hier, das sieht clean aus auf jeden Fall gegen Virus, unser Boy. Ultra Super Attack, das, oh mein Gott, als ich das gesehen habe. Das sieht geil aus. Oh, das sieht richtig mit dem Drachen. Ja Mann, da bin ich auf jeden Fall dafür. Und dann kommt halt, ja, der Finisher gegen Virus. Das ist vom Physisch-Gott-Crew. Äh, der Finisher geht, geht. Aber das mit dem Drachen fand ich auf jeden Fall geil. So viel zu den Essay-Animationen. Wurde, wie gesagt, auf Drachen-Official vorgestellt, Freunde. Wir haben noch keine Information dazu, wann er erscheinen wird. Es gibt gerade ein paar Spekulationen. Manche sind sich unsicher, ob er Free-to-Play ist oder Summonable. Eigentlich ist die Antwort mehr als sicher. Wir haben offiziell nicht bestätigt, ob er Summonable ist oder Free-to-Play. Aber er hat 77 Teamkosten. Und sein Leader-Skill sagt mir auch so, das ist, er muss eigentlich Summonable sein, Freunde. Das heißt, in den nächsten zwei, drei Tagen erwarte ich, dass er auf JP erscheint mit einem Banner. Ähm, das sagt mir halt auf jeden Fall diese 77 Teamkosten aus. Und der Leader-Skill, den wir uns gleich betrachten werden. Er ist vom Super-Int-Typus-Ele-Gott-Crew. Seine Stats, pfff, lecko mio, hat der einen Angriff-Stats. Auf 100% 21.805. Angriff, der hat gute Stats, finde ich. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier, schaut an Goresh, an die Übersetzungen für LR-Gott-Crew. Super-Int-Typus, Freunde. Sein Leader-Skill ist folgendermaßen. Er gibt der Pure Saiyan- oder Hybrid Saiyan-Kategorie. Key plus 4, HP Attack und F-130%. Das habt ihr nicht falsch gelesen, das ist kein Fehler, das ist richtig. Warum? Ja, Gott-Crew oder Goku ist ein Pure Saiyan. Wieso gibt der Hybrid Saiyan einen Boost? Das liegt am Ritual, Freunde. God-Crew, die Form, God, Super Saiyan, God, entstand durch das Ritual mit 5 weiteren Saiyajins. Schrägstrich Pure Saiyans, Schrägstrich Hybrid Saiyans. Deswegen ist er auch der Leader. Also mir macht das schon irgendwo Sinn. Aber, Freunde, die Kombi aus Pure Saiyan und Hybrid Saiyan, lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Wisst ihr, was da möglich ist in Sachen Teambild? Das Ding ist halt 130%. Aber wären das mehr, wäre das schon auch irgendwo OP. Sag ich mal vorsichtig ausgedrückt. Aber trotzdem, sehr interessanter Leader-Skill. Die 12-Key erhöht seinen Angriff und die Verteidigung stark für eine Runde. Greatly Races Attack und Defense und macht Curse of Damage. Greatly Races sollte eigentlich 50% sein. Das ist ein guter Boost. Merkt euch das. Diese L-C-Multiplier machen was aus. 18-Key erhöht seinen Angriff und die Verteidigung stark. Greatly Races die Attack und Defense für 3 Runden. Und das ein Double Stack. Also das kann sich Double Stack machen, weil es für 3 Runden ist. Und wenn das 50% ist, dann ist das ein sehr guter Multiplayer. Das ist ein sehr guter Boost für seine Super Attack. Macht dann logischerweise Mega-Crossel Damage und verändert Greatly die Verteidigung des Gegners. So, Passive. Auf den Angriff hat er immer 77%. Er bekommt zusätzlich Key Plus 1, Maximum sind 5, zusätzlich auf die Verteidigung 11%, Maximum sind 55% für jeden Pure Saiyan oder Hybrid Saiyan Kategorie Mitglied außer ihm im Team. Das heißt, man will eigentlich um ihn voll auszuschöpfen, man braucht ein Team aus Pure Saiyan oder Hybrid Saiyan. Außer ihm ist der Lieder, also 5 weitere Lohscheise. Das ist 1 zu 1 das Ritual, Freunde. Dann hat er eine High Chance gegnische Angriffe zu dodgen und hat eine High Chance kritische Treffer zu landen, für die er für die 7 Runden nach seinem ersten Erscheinen. 7 Runden gehen. Könnte kurz sein, gehen. Aber eine High Chance Dodge, High Chance Krit, das sollten mindestens, also das müssen mindestens 5% sein. Das ist schon in sich, das ist schon heftig. 7 Runden muss man halt gucken, wie das sich Gameplay technisch ausübt. Also, wie er sich im Spiel machen wird. 7% auf den Angriff mit den Multiplayer, nehme ich an. 7% an sich hört sich wenig an, die Passive, ja, aber vergiss die Multiplayer nicht. Ultra Super Attack, 3 Runden, das ist ein Double Stack. Wenn das mindestens 5% sind, das ist ein richtig guter Boost. Wenn es so eine Edition Attack kommt, dann hat er das auch auf der 12 Key. Das ist ein Brutal, also der Multiplayer ist gut. Gut Schaden wird er machen, auch mit den Angriff Stats. Verteidigungstechnisch hängt das eben vom Team ab. Er kann von der Passive auf bis zu 55% kommen, aber nicht in jedem Team Setup würde ich auch unbedingt komplett Pure Saints oder Hybrid Saints mitnehmen. Vor allem in einem Ream of Gods Team zum Beispiel nicht mit ihm. Aber das muss man eben im Gameplay sehen, wie er sich verteidigungsmäßig macht. Aber selbst dann hat er halt einen guten Multiplayer auf die Verteidigung, ne. Das wird man nicht vergessen. Linkskill, Godly Power, sind 15% auf den Angriff. Warrior God, 10% auf den Angriff. Kamehameha, Zeitlos, 500, wenn er Super Attack macht. Super Saints, 10% auf den Angriff. Over the Flash, 3 Key. Shattering the Limit Key plus Zeit, Legend of Power, the Legend of 5000, wenn er Super Attack macht. Katuri, Pure Saints, Goku's Family, Kamehameha, Ream of Gods. Ach ja, noch eine Sache wegen den Kategorien. Er ist leider nicht in Movie Heroes, ja, weil er ist aus dem Anime logischerweise dann. Finde ich schade, aber ist halt so. Ich habe ein, zwei Probleme mit dem Goku, Godkuh. Zum einen, also wie gesagt, jetzt vorsichtig, es ist immer schwierig, es ist auf Blatt Papier. Wie er sich im Gameplay macht, wissen wir noch nicht, darauf bin ich gespannt. Und das kann schon einen Unterschied machen. Mein Problem ist irgendwie, ich habe von dem Godkuh mehr erwartet, von dem Kid her. Also seine erste Multiplayer, wie gesagt, gefallen mir, Passive, ja, ja. Ich weiß nicht, schwierig, muss ich sehen. Aber Linkskill gefallen mir nicht. Eigentlich haben die Godkuhs und Godkuhs und Godkuhs, vor allem Key, vor allem die Godkuhs. Mir fehlt hier entweder zu Over the Flash, Prepare for Battle, sorry, oder Shock and Speed. Denn, in den Katurinen, der vertreten ist, wäre es deutlich besser, wenn er Fierce Battle statt Shattering the Limit hätte. Mit Shattering the Limit habe ich auch ein Problem. Ich meine, zum Beispiel, ein gutes Team-Setup, eine gute Rotation mit ihm, könnte ich mir folgendermaßen vorstellen. Izei, Kai und Goku Blue und er. Denn Izei, Kai und Goku Blue gibt ihm Warrior Gods, Kammer, Super Saint, Over the Flash. Das ist gut, das reicht. Dann brauche ich aber einen Rotationscharakter, der Godkuh, Godly Power gibt. Hat Dream of Gods, hat Dream of Gods, definitiv. Supreme Kai of Time, West Kai, Topo und Go was unser Maß. Das passt schon. Also, die Rotation passt schon im Dream of Gods Team. Aber ihr merkt auch schon, dann ist das Team-Look-Racer nicht komplett aus Pure Saint oder Hybrid Saints. Aber in der Konstellation würde dann zum Beispiel Izei, Kai und Goku Blue fürs Battle fehlen. Also, einer würde schon leiden in der Rotation, wenn ich einen hervorbringen will. Und, verdammt nochmal, ich habe so drauf gehofft, dass wenn ein LR-Godkuh kommt, dass endlich Ui-Goku seinen Partner bekommt. Seinen Partner, mit dem er 1 zu 1 durch dick und dünn geht. So wie LR-Virus mit Izei-Virus. Und so und sofort, vielfach Vegeta LR mit vielfacher Goku. Und so und sofort, ihr kennt die ganzen Partner, die ich so richtig brutal finde. Ist hier leider nicht ganz der Fall, weil Fierce Battle fehlt. Oh mein Gott, hätte der Fierce Battle, das wäre brutal. Weil dann hätten sie mit Ui-Goku Godly Power, Kamerammer, wenn mich alles täuscht, Over the Flash, Fierce Battle. Aber so sind es halt leider nur Godly Power und Over the Flash und Kamerammer. Das gefällt mir nicht, Mann. Das ist so, ich weiß nicht. Kann auch sein, dass jetzt aus dem Schock heraus oder aus der Überraschung heraus so mein Eindruck zu ihm ist. Ich muss, wie gesagt, gucken, wie er sich macht. Lass mich gerne wissen, was ihr von Godly Power haltet. Ich hätte legit eigentlich... Schwierig, ich weiß nicht. Ich müsste sehen, was er drauf hat. Ich... keine Ahnung, Freunde. Ich... Boah. Schwierig. Irgendwie hat er mich nicht komplett überzeugt. Bin ich ehrlich zu euch. Kann aber auch vielleicht daran liegen, dass ich von einem LR-Godly Power viel mehr erwartet hätte. Weißt du, sei es in Actorskin? Weiß nicht vom Kid her. So wegen dem Ritual, ja, kann ich verstehen. Pure Saints, Rebirth Saints, nehme ich auch an, so ist es nicht. Ich glaube, es ist fürs Battle, was mich aufregt. Ich glaube, es ist fürs Battle, was mich aufregen möchte. Shattering the Limits. Wenn ich so kurz in meinen Kopf durchgehe, Shattering the Limits in den wichtigsten Teams in der NIST und die wichtigen Charaktere dort. Nein. Der Einzige, der mir einfällt, ist LR-3V-Goku. Ja, okay, der hat der Over-the-Flash. Shattering the Limits, das spricht für Legendary Power. Super same. Und Kamenma, also ein guter Partner. Ich weiß gerade echt nicht, wer alles kamen hat oder nicht. Aber doch, 3-Fahrer Goku sollte das haben. Doch, hat er auf jeden Fall, definitiv. Sorry. Ähm, auf jeden Fall ein guter Partner für 3-Fahrer Goku. Aber dann würde halt World of Godly Power für Gott gut fehlen. Und 3-Fahrer Goku, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Freunde. Deswegen, ich glaube, 4s Battle ist es. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Traktor haltet. Ansonsten wünsche ich euch für eine schöne Zeit. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. Bis zum nächsten Mal.